Uuuuh das wird grad so reingemacht ja das sieht sehr gut aus das Bild ich bin auch nicht erfahren weißt du den Harry jetzt wieder oder weißt du ihn wieder nicht? ja den Harry nicht ooooh willst du mich verarschen? naja aber will den schon hören hat er eine Schnauze weißt der Harry auch wieder übers Leise alter ich sollte alles wieder katastrophen ja also mach ich mach mal Chat-Card raus und jetzt Sepp? hört sich genauso an hört sich genauso an der Harry ist bestimmt schuld der wird mich hier Dingsen nicht bumsen der behindert mich der ist behindert boah ist das Harry echt übelst leise jetzt höre ich den fast gar nicht mehr ja alles gut das verstehe ich auch nicht steck mal dein Headset nochmal rein und raus vielleicht geht das ja also Harry ja und den kling ich wieder hier will Robocop das werde ich rausfinden warte Mensch ich krieg anruf hier warte warum gebe ich den nicht gar lala jetzt höre ich ihn alter jetzt höre ich euch beide gut hallo 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 hab grad mal Aufnahmegerät hier mein Astro-Mikro eingestellt jetzt höre ich euch beide super jetzt ist perfekt ja also ich bin so perfekt das ist ein gut aber er geht mir ist gar nicht da ja ich werde die 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 zu unterbrechen als das nur etwas sagen im Ohr alle schuld mehr soll ich will die was gar nicht was zu vorstellen alles klappt ja 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 ich fahrrad zum Vorkaufen wo fahren wir denn lang hast du dir einen Wegpunkt markiert jo ich will den Cargo Bob holen und ich ein bisschen mit dem rum aber ich hoffe der ist da Alter ich finde ihn immer so selten ja ich gehe auf die Militärbasis da findest du ihn auch nee nee da haben wir nicht gefunden mit Norbert da haben wir drei, vier, fünf Anläufe immer gleich den vier Sternen und immer wie behindert durch die Gegend dann kommt der Panzer boff weg haben wir ihn so gemacht dass einer ablenkt und der andere sucht aber wir haben ihn absolut nicht gefunden genau hab ich die Brüllen abgeleckt und ist nichts passiert aber da hat mich geholfen nee die waren dann so de-erregt Alter wir haben mich dann mit ihrem Schlagstock penetriert anal ach so ja 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 ich habe ja 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 dann sage ich doch ich komme ich komme ich fliege doch gerade den Bordeaux bräuchte immer noch kommt mich mal abholen dann bräuchte ich da nicht hin du fährst ja den du fixst ja den Kampfhubschrauber ich habe ja den Cargobob das ist der mit den Anhänger unten dran ich weiß das so selten kommst du mich holen Rob es gibt übrigens ein Glitch da kannst du den Kampfjet in deine Garage stellen den gehört der dir Alter der hat damit geschossen der Sack das war knapp Alter ich habe nur von unten getroffen dazu bin ich Alter bis zum Zerstörungsabriss bist du oben oder unten ich wollte sagen Leute wie bist du oben? komm mal hier auf die freie Fläche weil da hast du das Dach wohl Alter Mann die Idiot das hast du dich kaputt gemacht der ist selten den finden wir jetzt nie wieder wirst du mich verarschen hier steht noch ein Cargobobs und ein Buzzard ja dann bleibt da dann die spawnen die auch nicht Töte ihn Norbert Töte ihn ich geh jetzt töten ich hab einen Granatwerfer soll ich benutzen? genau Töte ihn ich hab mein Gold das ist mir scheißegal was du in Gold hast ich hab noch ganz viele Sachen in Gold if you know what I mean Kotzbalken mal aus Gold Kotzbalken mal aus Gold Kotzbalken mal aus Gold ja jetzt muss ich so weit laufen oh 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 Alter warum sprich ich da rüber ich kann oh nein ich häng fest Ari hol mein Auto ah doch nicht häng nicht fest Scheiße da steht da da steht da ich komme oh 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 äh ich meine also ich komme zu dem Hubschrauber ja das war hä? ja 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 hier ist ein Licht auf der Straße aber hier ist ach der Sasa das hat ausführlich ah sind ja beide hier? ah das sind zwei Cargobobs alter girl also wer schießt denn Hashimi? ich hab das gerade gesehen an der Ankete Chris! Chris! was hast du gesehen? Chris! hä ist das dein Auto? ne äh du bist beim falschen da ist egal ich komme auch immer gefliegt wenn man da stehen komm zu dich gefliegt ah nicht abknallen bitte nein ach hör mal auf alter boah gleich links auch ich ja he 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 ich bin das geil ich hab's vermutlich du kriegst da jeder alter mit wenn ich abschierst dann hey hey warum das jetzt fand ich sich zu ne ganz neuen Sache oh jetzt bin ich oh fuck ich sag ich Spielverderbäu gekriegt Scheiße ja gut ich verpässt du jetzt kicken weil ich alle und dann hat die Klappe ist das echt Spielverderber? ja ich sag ich Spielverderber bekomme nein da steht bloß Spielverderber es ist ne Vorwarnung bis garantiert noch nicht Spielverderber ich will aber auch da steht immer noch ein paar Worte wir können ja mal ein bisschen bekriegen was habe ich schon so oft gemacht aber ich wollte erst mal mit dem Cargobob da oben so rumdüßen als wenn jetzt nochmal den Cargobob kaputt machst du dann hole ich den Panzer und dann wirst du nicht mehr froh aber es geht wir ja hihihi also lass es so schon die sehen gar nicht doch da auf der Karte sehe ich ihn schon mal da kommt der vier angeflogen da hinten wo ist mein Auto wihihi für die dritte das kümmern er hat bis zufrieden das ist tot er hat mich ja mit meinem Auto in die Luft ja mit dem Heli ein Jahr aber mit deinem Auto ein getroffen oder was naja denkst du warum das versicherte blablabla da stand was mein Auto mit kaputt gemacht auch die 150 löten da 150 das wird mehr der Autoschmier hat kaputt gemacht Ups, der Leid wie ich so doof dein Auto anzeigen ist das eh kaputt hier vorne ja ich hab's, nein, hänge an, alter was, ich hab's grad gehabt alter was machst du mit mein Auto was ist deins, dann nehme ich deine Zeit mit guck mal, ich hab's mitgenommen du Arschloch, gib mein Auto, oh fuck los für die Abi was mehr kann grad nicht, wo fischst du? dann geht's kaputt, wie ist denn da? ich hab's bitte nicht aufschießen komm ich mach das für ein Auto in Ruhe ich hab's doch mitgebracht wenn er jetzt die Idee aufschießt, dann schießt er den Autoschmier ja wo, ich hab'n durch, durch das Cockpit hab' ich ihn abgeschossen durch das Cockpit du Arschloch Auszeichnung Meisterschutz, SIEHA! ne, du hast noch getötet, ja, Rache ist ja... ah, die jagt mich mit meinem Auto ich krieg die nicht ab, ich krieg die nicht mehr ab drück doch mal, drück doch mal den rechten Kreuztaste da mach ich ja, ich krieg die nicht mehr ab ey, das ist mein Auto ganz warte mal, senk dich mal bisschen, senk dich mal bisschen das haben wir gleich, das haben wir gleich wenn du den kaputt machst, Willi dann ist das... ja, denk mal hier... oh, ah, ist abgeprallt oh Schei... Aua! warte, jetzt steh'n wieder auf, hier das ist das Auto los! oh, lass mal runter, lass mal runter das Auto warte, lass mal runter das Auto, hier hin so ich kann... ihr so hin genau hier so jetzt komm doch mal hierher nein, ich krieg's ja trotzdem nicht ab leg's mal genau hier hin, bitte genau hier hin, bitte warte doch mal AAAAAAAA was machst du denn da? oder von so Behinderten abgekleidet ich glaub der Karobob ist ein bisschen buggy, ja der krieg das Auto nicht mehr ab Alter, was hast du mit meinem Auto gemacht? ich wollte das abmachen, aber es geht nicht du Arschloch ey, du kannst doch nicht einfach mein Auto kaputt machen und ob wir das können, wir können noch viel mehr kannst du einsteigen, dann kann man nicht nicht umherfliegen damit hä, ich verste grad nicht, warum ich das nicht abmachen kann das geht doch sonst immer so oh fuck, jetzt hab ich meine Scheibe beschädigt von meinem... Buzzerd die Scheibe beschädigt? ja get up, get up fuck it fuck it fuck it da kommt mit sie ja hier steht auch noch hier steht auch noch hier steht noch ein Cargo Bob ja und wie krieg ich jetzt dein Auto nicht mehr du hast das natürlich ein bisschen Scheiße schieß drauf soll ich nicht darauf schießen, Mann ich will es nicht kaputt machen also nicht so kaputt machen du bist kaputt die Scheiße toll, das ist natürlich klasse ich will das abmachen, das geht nicht mehr ab ich bin so ein Profi dann kann ich eigentlich nur... nein, das hast du dein Auto mit kaputt gemacht Wack, ich hab'n Stand gekriegt Wack, ich hab'n Stand gekriegt endlich mal hier, aber mal, die Zeit ist ja die Scheiß-Bulmar-Gerechtigkeit, ja wang ich bin ja gleich wieder los was spielst du los? fliege ich einfach mal schnell über den Pazifik und dann geht das schon und dann geht das schon weil mein Auto ist nämlich zu weit dran, nahe weg, wie auch immer MECHANIKAAA bring mir mal die Convent na scheiße geht nicht Elite 12 Noob ey du wirst das Spiel gar nicht spielen, Mann, du bist 12 Basti Basti da heißt Elite Noob 12 äh, Elite 12 Noob hat sie verpisst achso, das ist ja richtig oh hoppa, ich hab grad so ein bisschen hingefallen was? am besten ich flieche schon mal zurück wo fliehst du hin? ich war eigentlich auf dem Pazifik aber ich hab immer noch einen Bühlenstern hm musst du bis hoch fliegen, das geht auch oh, völlig in Ordnung so na klar, ich stehe natürlich wieder gar nichts Kriminelle sollten auch gejagt werden also die Terroristen also die Terroristen ich hab bisschen los nein, ich will nicht in den Heli nein, ich will nicht in den Heli was war'n das? was ist das? vergewaltet jemand ne Ente oder so ja da ist das scheiß Auto langsam wo ist denn wir lieber hoch? Willi, da brechst du irgendwie mit dem Auto um, ach ne, das ist... hier ist das meine Mutter hier rum ich hab' gerade meinen Schatten hier verfolgt hast du Angst vor deinen eigenen Schatten das ist der Hockey hallo Hockey jetzt denkst du rücksichtlos alle abknallen ja da schießt du schon wieder davor, Alter da hab ich schon wieder was ich hab' Haftbombes denn da wo ist denn du? wie soll ich mich bei dir so komisch an? weiss ich nicht, warum mach ich schon wieder zwei Sterne? weil du ein Auto geklaut hast, was Simeon bestimmt möchte ne, der fickt nen Heli der fickt nen Heli? na dann, weil du einfach hier Metall vergewaltigst BIOCH! 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 du holst jetzt einfach mal den Panzer oder was machst du? ich habe ihn schon und gleich wird ja Gerechtigkeit sein, halt! Sekunde, Alter! da ist jetzt ein bisschen Krieg oh ja der war andere Seiten aufgezogen du, 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 der Klobi, Alter, der hat so Langeweile der vergewaltigt Äffchen Klobi, wie geht's den Zähnen? Zähnen Lalalala Oh nein, ein Harry in der Luft, ein Harry in der Luft ich muss ausweichen ein Harry, ein Harry ja in der Luft ein Harry ein Harry Oh ne Wand Nazi-130 Nazi-130? Ja, der ist auch da Oh, fuck, da hab ich die Bullen abgeschlossen Ja, so wird man die auf jeden Fall los, ja Ja, so wird man die auf jeden Fall los, ja Ich rufe dann einfach Läster an Nein Ja, dann sehen sie dich nochmal und dann bist du wieder am Arsch Dann ficken die dich aber richtig an, ich ficken dich so fertig, Alter Toi, jetzt mach ich hier grad gar nichts Ich hupe, geh mal aus dem Weg, Mann Ja, wozu hupe ich, Mann? Nein, damit weiter vor mir rumläuft, so spart nochmal Waaah, so ne Gehirnamputierten hier Du brauchst jetzt keinen anderen Spieler hier mit, oder? Wenn du den Panzer hast? Nein War so ein schwuler NPC im Polunder Ach schön Ey, da ist der Karobob, ich will jetzt endlich mal ganz friedlich mit dem Karobob fliehen Warte Geh 6 mal mit friedlich, hier sitzt ja Totale Krieg Vielleicht kann ich ja den Panzer auch abschleppen Warte, dann totale Krieg Ja, du wirst mich auch mal hier heben müssen, weil ich komm da nicht rein Soll Ja, ich glaub das mit dem Heben würd mich, weil ich schön abgeknallt wurde Na, das haben wir gleich Wir müssen gleich gelöst, Norbert Weil durch den Zaun kommst du locker durch, wenn du alles wegfallst Da wird durch, ne, warte, ne auf, halt dann Verpisst euch hier Ja, toll, jetzt hab ich einen Stern, bloß weil der Penner da mir nicht aus dem Weg wollte Kannst du den Lesben anrufen Werd mal schnell die Lesben anrufen, ja Boah, bei mir riecht's voll nach Hähnchen, Alter Scheiße, kein Gruß in der Etappe Höh Und da kommt dann wieder, oh, ständig die Gebäude rein Vorher hab ich jetzt Angst Ach so nur ein kleiner Fisch ohne Feuerwehr, hallo Nimm mit Okay, du steht kein Cargo Bob, ah Also, Willi, wo bist du denn? Na, mit dem Panzer, wie sie langsam der ist Na, ich hab grad in Togo eingelegt Im ersten Gang Ähhhhhhhhh, so klingt das Also Da ist ein Mofo drin, wie zum Mofo, 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 Mofo Ich hab die Mechanikane reingehauen, für seine gute Arbeit Alter, wie das Auto strahlt, einfach nur die Farben überzellen So, ich bin schonmal auf dem Flugplatz Was, man kommt nicht auch an der Seite entlang, da braucht man nicht über die Scheißzäune springen jedes Mal Über was fahren? Fahrt jetzt beide mit dem Panzer, oder was? Ich hab keinen Panzer So neu reich bin ich nun auch wieder nicht Ich hab auch das Level noch nicht dafür Nein, nein, nein Reicht schon, aber nicht das Level dafür Nein, 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 nein Ich hab da nicht mit dem Auto rein, ich bin so doof Wo stimmt denn? Stimmt allerdings Soll ich mal nachdem? Willi, soll ich mit dem Kogobob kommen und die Schmidt nehmen und dann soll ich den Passort wieder wechseln? Kannst mir mal die Rosette knutschen Nee, an das Bordes Ding geh ich nicht dran Was geht denn davon träumst du? Nee Öffnet mir die Pforten, ihr Wechsel hier Man kann doch einen Feuerwehrwagen anhängen, aber da musst du vorne diese Düse treffen Scheiße hier, ich komm doch nicht rein Das wär richtig so Dreh ich halt um Oh, wo geht's denn da lang? Nee, da war ich runter Du, 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 du Hey, Kogobob Komm ich mal heul mit dem Kogobob Wett mal, wett mal, ich schaff's nicht mal abzuheben Doch, schaff's du, ich stehe doch da hinten rum Ja, ich seh dich halt Oh, ne, nicht nix Oh was Ich weiß auch nicht, ob man, ob der Was? Mann, ich schwör doch heute auf YouTube Ich weiß auch nicht, ob man den anheben kann mit dem Kogobob, weil ich weiß auf jeden Fall ein Feuerwehrwagen, das geht Hebt den jetzt an! Hebt den jetzt an! Ich komme! Hey, du bist so schon auf dem Gelände, da hinten stehst du Na, kommt ja nicht wieder, das ist zu langsam Wo bist du denn? Alter, wenn du jetzt die ganze Zeit schießt in Bullen, als komm ich dich nicht holen, das kannst du klicken, Alter Mach dir erst die Bullen weg, wenn ihr ansonsten komm ich da nicht runtergeflogen Ja, so, oder nicht, oder so Wenn Bullen fliegen, yeah! Ach, aber der kann dich da durch glütschen, oder was? Hä? Die glütschen nicht da drin? Du kommst doch da durch, wenn du willst nur reinfahren Nein, das geht nicht, Capron Nee, du sollst da auch reinfahren Checkt euch, hier, es geht nicht Hebt mich jetzt ab Warte Ich hab nicht, ich hab nicht Ja, zieh mich! Ihr Picker! Soll ich jetzt schon mal wegfliegen? Man kann doch nen Panzer annehmen, ist ja geil Alter, da ist er noch was Alter, ich muss den Heli abschießen, wo ist er? Die Klappe, Alter Ist das geil Ich treff's denn nicht Siehst du überhaupt ordentlich? Nee, ne? Oh Alter, Alter, oh Oh, ich hab den Bull Ich hab fast den Bullen in die Kopf da entworfen Guck mal hinter uns die ganzen Bullen, Alter Kann ich schießen? Geht nicht? Ich kann dich auf den Glender absetzen, wenn du willst Ja, setz mich mal ab Ich hoffe, das geht auch Nicht, dass der wieder hängen bleibt Lass mich mal fallen, ich mach das schon Okay, und schön Oh, ja, ja, flieg weiter, flieg weiter, flieg Nein Buff Da hab ich ja fast weg gehabt, die Sterne, man Achso, das wisst ihr Alter, oh Was ist denn da los? Da kam mir ein Rackier rein Kappelst euch, ihr Wichser Ich mag den Karo, überhaupt, der ist lustig Kann ich mir auch andere Sachen anhängen? Ich will mal ein Flugzeug anhängen Komm, wir gehen mal ein Flugzeug holen Aber ich weiß, wohin steht Warte mal Kommt der, ihr Wichser Warum schießen die Bullen? Ist das egal auf mich jetzt? Ich mach doch gar nix Doch, du ballerst rum Also schon erkannt haben, was du für ein schlimmer Ficker Bob Ficker Bob Hurenkind Schlampe Oh Ich hab einen Bullen aufs abgeschossen Hab schon drei Sterne jetzt so Ich glaub, ich glaub, wenn ich jedes Mal so'n Piepen reinmachen würde, dann würde man die ganze Zeit dann mal Piep, 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 piep Hä? Verpisst euch hier, ihr scheiß Penner Versuch jetzt ein Dings anzuheften Kommt der, ihr, 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 ihr Kommt der, ihr, ihr , ihr, 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 ihr Ihr,нач v interfere Willi, ich helfe dir, ihr, ihr Ur All, alles fertig, ihr Immer, rauf auf die Schweine Ok, mir scheint, also ein Flugzeug kann man nicht anheften Schoote Wo hast du schon noch? Was macht ihr da? So, Ieli ist vor der Luft ich kann ja wirklich mal bei Mary Water absetzen Mary Wether Mary Wether weiß ich hab 5 Sterne sag mal Mary Water da fährt er oh das bist du ich hab schon Harry gerade getroffen ja natürlich total unabsichtlich natürlich aber sowas schon weg da ich will dich ansammeln nein stehen bleiben dann war mit dem Markt zum Kreise gut vor allem fliegt Adama aber war aber noch nicht aber die hat die nicht gekriegt oder dann umgelegt Treppe ob ich dich bei das war das kräftig um ihn nicht nur die kräftigen nicht wie das aussieht was auch kommt ein Bulle von vorne Adama einer ah dann komm schon ich pisse euch Erwechser ich glaube da muss man noch eine ganz bestimmte Stelle treffen oh ja du musst bei mir eine ganz bestimmte Stelle treffen um was auszulösen wenn die um er ob ich dich jetzt nur noch nicht wo das genug von sie gut wie sie hat er die Kür Prozent als der drei langsame am 1 da wie das ist ich bin mir zu tun Aber gut schon Da bin ich, ja Noob, das ist grad ne sehr ungünstige Pose, wo du da stehst Haha, ich weiß Alter, ich krieg dich nicht mehr, Alter Shit Ach ja, so ein Fallgespielchen Die Scheiße, dass der Heli halt immer in Bewegung ist, er ist ein bisschen schimpig Komm schon, komm schon Da 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 Doch Das ist wie beim Feuerwehrwagen, Alter Guck mal, der Mann ist da Oh NEIN NEIN Jetzt warst du mir ein bisschen im Weg Oh, jetzt bin ich ja wieder nicht auf dem Flugzeug gelandet Jetzt bin ich ja wieder irgendwo in der Pampe, Alter Nein, wir haben das grad so toll nicht hingekriegt Das ist auch geil, so ne Rakete auf einen so Polizisten, der dann läuft Was ist das? Was ist das? Nein, nicht an mir ran! Ey, du musst aufpassen, wenn du mich anfährst, kannst du in die Luft fliegen, Harry Ach so Ja, das ist ein bisschen dämlich Was haben wir mit einem Backfisch gemacht? Ich wundere mich, ey, Norbert, ich bin grad über Harry rüber, aber ist nix passiert, aber Nein, ich bin noch an die Seite dran gefahren bei dir Ach so, das ist so aushängig, als wenn du mich voll von vorne getroffen hast, dann lass da mein Auto Oh, ich kann verschwinden Mach auch mein Auto kaputt, dass das da mal nicht mehr so rumsteht Ey, seid mal leise Ich will doch mal Was macht ihr doch? Ey Ich hab mein Auto in die Luft gejagt Ey, seid mal kurz leise, Hallemann Ich will was hören Gehört das niemanden? Oh, scheiße Hört die Glocke, Willi Neuer Cargobob, neuer Versuch Ja Da ist ja noch keiner von den anderen Spielern da ist, Alter Dass die alle da hinten rumdüsen Hier ist übrigens der Krieg Krieg Das ist der totale Krieg Da kommt der Harry Ach, der fällt hier um Soll ich dich mal anhängen, Harry? Nein Ok, ich häng dich mal an Wohin, weil ich denke ich jetzt eigentlich ein V Oh Was ist bei mir? Hehehe Bei dem Kriegsherrn da vorne Achso, das steht für Verrecke Achso Verrecke, du schwein Du fährst nur hin, Willi, Alter Willi, Sterne loswerden Kommerk Das ist doch Kommerz, Willi, alles Kommerz Kommerz Höh, hinter mir wollen ein Geräusch Oh, da ist der Hafen Nein, verpiss dich Ey, bist du ein Zaun Ich bin durch den Zaun gekommen, Alter Ach, da vorne ist der Lücke, glaube ich, Harry Nutte? Nutten? Kann mal jemand ein Boot zu Wasser lassen hier, dass ich flüchten kann? Wieso ich mir ein Boot zu Wasser lassen? Ränge irgendwo eins an Warte, ich muss das mal umdrehen Oh, das sieht jetzt gut aus, ich fahr jetzt hier unten lang Wenn kein Heli kommt Na, kommt der denn Heli Oh, ich seh nichts Oh, ich seh nichts Oh, ich seh nichts Scheiße, du scheiß Heli Ja, ich muss die Helis rechtzeitig ausschalten, dann passiert nichts Hab ich dich? Ja, ich hab mich 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 Waaah Hey Willi Hi Lop, du hast da was unten dran, ich sollte das mal entfernen Nein Nein Nein, wir entfernen ja gar nichts Das hat mich an, wo? Da soll ich den Spieler Ich kann ja auf dem Dach abstimmen Ja, lass stellen da oben ab Nein, 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 scheiße Ah, ich muss meine Wante weg Uh Platz da, ich muss da durch Alter, Willi Voll Ey, was macht mein Handy? Hör auf die Empfang zu suchen Piss doch hier, Wechser Was hab ich sonst bei der Aufnahme übelst? Klack Oh, das war ne Explosion, der vom Titan Der steht da am Dach, er steht auf dem Dach der Harry Hey Hey Hey, hab ich grad von Klo wie das blöd bekommen? Nö Hat er das hier im Funk gesucht? Wie komm ich jetzt so rum? Hol mich bitte wieder herunter Warte Jetzt so fort Ja Bin zwar sehr süß und nett von dir oder so Alter, das war ja lustig Jo, wie hat er eigentlich bis fotografiert? Das ist ein Vogel, Alter Sag jetzt nicht, das geht jetzt schon wieder an dich, Alter Hab ich dich? Nein Äh, äh, äh Man, der Heli ist ein bisschen schwer zu lenken, Alter Nein! Oh, ich lande gleich auf dir, Alter Ey, hier ist ein Bagger Oder ist ein Bagger? Ich glaube, hier ist ein Bagger Und das ist da kaputt Du hast ein Kunde, Alter Da war ein Bagger Hä, ich krieg dich nicht, Alter Das gibst du nicht Jetzt hab ich das Jetzt hast du mich Ja Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich Wo ist ein Bagger? Das will ich sehen Da war mein Bagger Da war mein Bagger Das ist ein Kunde, Alter Der ist voll cool, der Schaufelbagger Nein, Willi, nein, du Schweiß Alter, Alter Wie bitte? Wie bitte? Alter Scheiße Ich hab dich hier Höhenklopper Schmeiß mich runter Warte Ich schmeiße Sie laufen da Das wird auch schön, ich kriege Ist ja Hosey, Alter Ist der Terror Hey, wer ist denn das da? Da sind ja bei dir, Willi, ein Spieler Ist ja freundlich Den töte ich mal Nein, lass das Wir haben gedacht, man soll nicht immer jeden Spieler töten Jeden Spieler töten, alles klar Nein, halt die Fresse Ausschalten Ich will ihn anhängen, wo ist der? Bei Pierre Hö, ich sehe ihn grad nicht Ist denn da alle? Ich bin ein Roboter Ich muss funktionieren Ja, bidi, bidi, bidi Da ist er Boote Oh, ich bin grad gut im Pfad Na, da kommt wieder ein Heli von da drüben, Alter Ich, dir scheiß Made Ja, jetzt fick der weg Ja, jetzt haut ab Mich abfauen, wir sind freundlich Also ich zumindest Ich auch Blöder Wichser, der Der Hark ist ne besonders freundlich, der knallt immer jeden ab Und so fährt sind der weg Bleib stehen Ich bin hartnäckig und freundlich Kriegt ja wie ein Rasenmäher, dein Auto Ach, die Klappe Neeeee, fährst du im ersten Gang oder was? Nee, im dritten Ich glaube, der hat mich lieb Allesgleich kommt töten Ne, ne, bisher ist da noch vortre... Ah, da geht's kaputt. Ich dachte, da würde ich angehangen werden. Der hat Angst. Mann, bleib doch stehen. Tut doch gar nichts. Oh, was für eine Nusche. Harry, wenn das jetzt eine Haftbombe war, dann... ...weißt du, was hier blüht? Ich hab' gar keine Haftbomben. Der ist viel zu arm dafür. Alter! Ich hab' keine Haftbomben.